hallo und herzlich willkommen zum verlieben kongress ich bin magdalena und ich bin andreas und wir sind die zweimacher die für euch den verlieben kongress veranstalten und diesmal mit der relaunch schwerpunkt thema ist online partnersuche und online verlieben und wir haben heute zwei bezaubernde gäste ja die dating queen zum podcast ja ich bin die anne und das hier ist lüdi ja und in dem interview das solltet ihr euch auf jeden fall nicht entgehen lassen verraten wir euch unsere besten tipps fürs online dating und ja wie ihr erstmal die beziehung zu euch führen könnt die ihr dann mit einem potenziellen partner haben heute ja wunderschön wir freuen uns sehr auf das interview mit euch und auf die zuschauerinnen natürlich und zuschauer genau schaltet einfach rein beim verlieben kongress.com und meldet euch kostenfrei an ja macht es mal bis bald